und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa und hiermit ein herzliches willkommen beim tuxa ja heute mit einer wunderschönen musik ich dachte mir ich lasse das mal so als intro extra für euch nochmal so ein zwei sekündchen drin diese wunderschöne musik die ihr eigentlich jetzt im hintergrund hören solltet und zwar handelt es sich um die titelmusik von dem spiel news stand das ist ein recht aktuelles spiel so aus den 2000er jahren 2020er jahren da steht es nochmal news stand und das mache ich hier wieder mal ganz gerne an und schaue mir das titelbild an ja mit der wunderschönen musik und lasse es einfach nur wirken beispiel als solches ist ganz nett keine frage aber allein schon für dieses ja für diese musik hat sich auf jeden fall die anschaffung schon gelohnt ja das wollte ich euch mal ganz kurz zeigen beziehungsweise ja solltet ihr da einmal ganz kurz hinein hören ja was steht heute auf dem stand was steht heute auf dem programm ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau ich fange mal mit einem klassischen reset an ich resette mal den commodore und jetzt können wir mal ganz kurz gucken was wir so schönes machen ich schaue mal in my directory nach ich bin hier nur auf den news stand so ich lade mal den viele browser und dann können wir mal kurz gucken was wir jetzt so schönes machen ich habe mir so gedacht in der runde zocken ist immer eine gute sache so was könnten wir denn spielen ich habe hier unter testen ich habe hier noch eine rubrik testen genau kommt wir können wir testen anfangen ich habe hier so ein paar neue spiele oder für mich neue spiele und da starten wir einfach mal hinein ball and chain ball und kette ok hier hätte man so eine kleine spielanleitung was man machen kann ja ich würde sagen wir testen einfach mal ball and chain was das für die ball und kette wohl was das bedeuten könnte machen wir ein bisschen platz nehmen ein tux darf natürlich auch nicht fehlen kann ich den tux auch mal sehen hier und der echte tux ist natürlich hier der passt wie immer auf mich auf ne so wie es das gehört aber packen wir mal hin hier nix seht ihr jetzt nicht aber er passt auch nicht auf gut ich würde sagen joey stick in die hand und dann geht es los so ah natürlich jetzt verkehrter joystick und das verkehrter port das haben wir sofort zum glück zum glück haben wir ja zwei haben wir ja zwei stück dann nehmen wir halt eben den ich mache mal ein bisschen ton für mich an oh 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 ich bin dran ich muss schon agieren hier oh ich kann hier so lüftig hin und her flutschen coins einsammeln habe ich da gerade gelesen also wie so ein kleines gummichen ich weiß nicht kommen jetzt hier auch noch irgendwelche feinde man weiß es nicht ich spiele jetzt hier auch zum ersten mal auf jeden Fall ist die äh animation hier nämlich schon ganz witzig ist so ein bisschen so gummiartig so bewegt sich diese spielfigur hier ich weiß gar nicht die äh stern auch einsammeln die coins das habe ich noch gelesen es gibt zusatzpunkte machen wir es einfach mal ne sammeln einfach mal alles hier ein dann kann ich mit der kugel auch noch irgendetwas zerstören das wäre ja mal cool irgendwie so patsch oh der umwand oh noch was noch was also gegner sind hier erstmal nicht zu erkennen oh das ist ein gegner da war irgendwas stacheliges vielleicht kann man das ja mit der kugel sogar wegkicken das weiß ich nicht und ich brauche auch ne energie die man verlieren kann wenn man irgendwo aneckt oder so oh hier hier da ist ja irgendwas böses oh welche hab ich das denn hinbekommen ich hab glaube ich jetzt irgendwie eine zusatzkugel hier erstellt ich muss bestimmt mit meiner wo bitte die kugel irgendwie etwas noch anstellen ich versuche immer so ein bisschen nur zu schleudern und nach oben da da war was wie hab ich das hinbekommen weiß ich nicht oh da sind die ersten feinde er ist der feind und ich bin sofort tot ja ja klar oh wie nur ein leben nur ein leben ah klassisch ok dann machen wir es klassisch wie früher an dem arkadeautomat aber das war auch immer so crazy überhaupt ich bin der tuxer 3 buchstaben geht nur ok dann bin ich der tux alles gut 14.873 gut da wollen wir eben toppen da sind wir noch im toppen da sollte man ja auch hinkriegen ich glaube aber anfangs scrollt da ein bisschen langsamer kann das sein das ist die Schwierigkeit ja in dem Fall sich mit der Zeit erhöht ich sammle einfach mal alles ein keine ahnung was richtig ist ich nehme jetzt auch noch was üh also echt witzig gemacht also von der grafik her irgendwie oh ah so geht das öh mit der kugel die kugel kann ich nicht zerstören gut für jemand muss hier gut sein so eine kugel ne wo kommt ihr denn her ja ich habe gestern aber nicht gesehen äh ich habe gestern vorhin nicht gesehen oder ist es sogar besser wenn man die mit der kugel einsammelt man weiß es nicht wenn wir vielleicht doch den scrolltext genauer lesen sollen nicht nur so ein zwei Sätze oder Wörter die mir da sonst aufgestochen sind und da bin ich schon wieder toad also irgendwann kommt da dieser böse Pfeil okay sieben jetzt habe ich gerade mal die Hälfte so dann würde ich sagen äh auf gehts zu Spiel Nr. 2 hier kommen wir noch ein Stückchen vor Reset er diesen Reset er diesen und dann schauen wir mal was wir da noch so schönes finden genau den viele Browser den Pfeilbrowser besser gesagt also der Test Nr. 1 war schon mal sehr gut und jetzt kommt Test Nr. 2 und da bin ich auch mal gespannt wie das Spiel sich jetzt hier so schlägt schau uns mal das Directory an da müssen wir einmal kurz killen die Final Cartridge vielleicht funktioniert sie dann 88 Blocks das wird einen kleinen Moment dauern aber das ist auch das Gute jetzt an dieser SD2IEC die ist auch ein bisschen schneller als die eigentliche Floppy eigentlich man sagt ihr nach so doppelte Geschwindigkeit im normalen Modus und das kann auf jeden Fall nicht schaden das Spiel hat geladen oder ist geladen und es passiert wie sie sehen passiert da nichts und warum passiert da nichts das ist natürlich jetzt sehr merkwürdig hm gut dann scheint da irgendetwas mit diesem Spiel wohl nicht in Ordnung zu sein ich mach trotzdem nochmal ein Reset und lade das ganze mal einfach ohne 0,8,1 vielleicht ist ja wirklich nur ein Basic Spiel weil er auch gerade so komisch in die Kleinschrift gewechselt ist kann ja sein kann ja sein man weiß es ja nicht einfach mal jetzt hier so ein 0,8 hineinpacken und einfach mal schauen was passiert also ich finde das sieht stark nach einem Adventure aus mit Room 1,2,3,4,5 und so weiter ja vielleicht ist es ja sogar ein Adventure aha mit Sys kann man das auch starten genau da springt er einmal kurz in kleine Schrift hinüber vielleicht ist das ja ein Basic Programm einfach mal testen und wenn es ein Basic Programm ist und er jetzt erst noch so ein paar Datazeilen lesen kann muss kann es natürlich auch sein dass es einen Moment dauert deswegen würde ich sagen warte ich nochmal einen kleinen Augenblick ab ja für euch vielleicht noch ein paar Sekunden und ein bisschen ein Schnitt einbauen und dann sehen wir uns dann gleich wieder so da wäre ich schon wieder und es ist ein Adventure das sieht stark nach D42 Adventure System aus so vom grafischen Layout her und das könnte natürlich sein dass meine SD2IEC sie nicht lädt nicht laden kann gut ich probiere es einfach mal mit einem Knopf mit einem Feuerknopf doch wieder einen anderen Joystick nicht so einfach hier mit den vielen Kabeln hier so so das Adventure sehe ich gerade ist leider auf Englisch und ich teste jetzt erstmal ob das auch weiter lädt oh das sieht gut aus das sieht gut aus das scheint einer von den wenigen D42 Adventure zu sein welche auch funktionieren über mein Setup ich laufe jetzt hier einfach mal lustig herum zum Beispiel Richtung Norden ok das ist auf jeden Fall ein Spiel mit dem werde ich mich mit Sicherheit noch beschäftigen jawoll da haben wir ein neues Bild ich mache mir dann nochmal schlau ob es vielleicht sogar noch auf Deutsch gibt das wäre natürlich prima aber da habe ich doch wer etwas gefunden das finde ich ja richtig klasse und was haben wir hier noch Laisur in 2 und hier hätten wir das in Deutsch ja nehmen wir das mal Deutsch ich glaube das ist auch ein Adventure ich mache auch mal mit Kill und lass es auch mal ohne mit normal,8 das hat der vorhin auch funktioniert ja wenn ihr wollt kann ich ja mal so ein Englisch Adventure machen das habe ich gerade eben überlegt wird natürlich dann ein wenig länger dauern was natürlich in Deutsch natürlich einfacher zu verstehen ist oder für mich zumindest und mal schauen so da ist das Spiel fertig geladen mal gucken was wir für ein System 1998 gut das ist natürlich nicht das Jahr sondern die Zeilennummer aber man weiß es nicht vielleicht ist es sogar das Jahr bitte die Diskette mit Leo 2 einlegen kein Problem drücke ich einmal auf die magische Taste hier scanne und nein leider eine Fehlermeldung das ist der richtige Sender gibt Nazis keine Chance ja das kann ich unterstreichen oh sehr gut gemacht dieser Effekt mit Out of Order Softworks Presence der Volker Roth Production in 1997 also könnte das vielleicht mit dem Süßbüffel ja doch sein Leo Feuerstein in coole Mucke The Secret of Monkey Island The Secret of Monkey Island Ich bin unter anderem der Held des Spiels okay okay dann machen wir einfach mal hier Ah meine Floppy blinkt meine Floppy blinkt das heißt das Spiel wird wohl nicht funktionieren ich komme schon bei Time Out ah da schütze er ganz ab ne schade 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 war ja erstmal so ganz witzig gemacht Grafik ganz gut Sound ganz gut das Spiel hätte mich auf jeden Fall interessiert aber das ist das Problem mit den D42 Adventures die funktionieren das ist mal so eine 50 50 Sache da braucht man eine original Floppy zu die habe ich zwar aber die funktioniert nicht ich habe 3 oder 4 Stück mittlerweile alle gehen sie nicht ist natürlich ein bisschen ärgerlich und deswegen bin ich da ein wenig frustriert und habe mir geschworen ich bleibe bei meiner SD2IC aber wie gesagt man hat da ein paar Einschränkungen so ich glaube viel mehr war noch nicht drauf wir halten fest das Ballermännchen das war ganz gut Lesterin war leider auf Englisch funktioniert und Laisur 2 ist leider nicht kompatibel mit meinem Setup schade schade Action komm komm wir machen mal ein Action Spiel Metal Metal Warrior Metal Warrior ist immer gut aber das habe ich in letzter Zeit zu viel gespielt Sam's Journey komm wir machen mal ein schnelles Spiel Star Drust Girl so ich wollte die richtige Taste drücken das müsste auch so mit einem schneller funktionieren da ist er schon fertig das war jetzt ungeschnitten hat aber auch nicht so viel Blocks glaube ich wir gehen mal gleich gucken wie viele Blocks es hat oh wunderschönes Titelbild und auch manchmal eine ganz coole Musik kann man ja ein bisschen mal wirken lassen sehr gut gemacht wie wird sich so aufgebaut sehr gut sehr gut gut ich würde sagen auf los gehts los mal die müde Knochen die wir ein bisschen richten für mich Reaction angedacht Reaction oh sieht so stark so ein bisschen Erwerbung aus oder? man weiß es nicht so Press Fire ich habe den Verkehrs nicht häufig kein Problem ich bin ja flexibel so das ist meine Spielfigur und ey steh auf also mein Joystick hakelt ein wenig oh ne da kann man nicht drüber den muss man wegboxen wie Supergirl den muss man drunter sliden den muss man aufsammeln den muss man drüber springen aber die Gunst des Spiels ist es die richtige Richtung des Joysticks im richtigen Zeit Augenblick zu betätigen um wirklich viele Punkte zu bekommen ja wenn sie blinkt dann habe ich einen Fail gemacht ja 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 au au natürlich die Dollars oder was so immer ist einsammeln oder Sternchen ja ich muss mich schon ein wenig konzentrieren das ist ein sehr kurzweiliges einfacher Spielprinzip was ich zwischendurch eigentlich mal ganz gerne mal zock weil meine Erfolgsquote hier nicht ganz so hoch ist ich glaube 165 Punkte oder irgendwas oder 265 Punkte machen wir mal einen Rekord persönlicher ja 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 ich finde es immer wieder faszinierend was für eine Geschwindigkeit wer mit einem Megahertz CPU hinbekommt und natürlich 8 Bit ja ich finde das schon klasse so wie habe ich denn da jetzt ich meine 265 wäre mein Rekord oh 277 neuer Rekord neuer persönlicher Rekord gut ich würde sagen wir machen nochmal einen Lauf weil es so viel Spaß macht so ein klein wenig liegt das meine ich auch an meinem Joystick jetzt bin ich hakelig da kommt das da kommt das hier noch eine doh da kommt das da ist viel nach oben gegangen da ist immer mal die große Mauer dann drüber springen aber das funktioniert nicht Ich versuche mich also ein bisschen mehr zu konzentrieren. In der Hoffnung, vielleicht nochmal einen persönlichen Rekord aufzustellen. Na! Wenn das Scrolling immer schneller wird, oder billige ich mir das nur ein? Das ist definitiv absoluter Rekord. Bei mir. Wie heißt das schön? Wenn der Volk am größten ist, sollte man auch aufhören. Die Musik wird leiser. Das bedeutet bestimmt, dass es gleich zu Ende ist. Ja prima! 351! Ich würde sagen, ihr macht das besser, ne? Perfekt! Das kann man glaube ich jetzt einscannen und sich irgendwie im Internet verewigen. Komm, machen wir doch mal. Wir verewigen uns mal mit 351 Punkten. Werde ich mit Sicherheit keinen Blumentopf bei gewinnen. Mal kurz gucken. Was passiert denn da? Achso, das ist einfach nur eine interessante Seite, wo man Commodore 64 Spiele herunterladen kann. Die Seite kenne ich noch nicht. Kann man das sehen? Die Seite hier geht dann auf. Und dann sieht man dementsprechend ganz viele Commodore 64 Spiele. Ich scrolle mal hier so ein bisschen. Ich würde sagen, die Seite schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Sieht sehr interessant aus. Kenne ich noch nicht. Ich speichere mir die Seite mal ab. Kopieren. Ich schicke mir selbst eine WhatsApp. Eine WhatsApp nur für mich. Zack. Und dann habe ich den Link gespeichert. Gut, weiter geht's. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was haben wir hier noch Schönes? Action. Ich bin zur Zeit auf dem Action Trip. So, was können wir noch testen? Bugsgarden. Hessian Clone. Night. Night. Was ist Amazon? More who news then? Nixie. Ich kann das trotzdem mal anmachen. dann hören wir uns halt eben mal das schöne Lied an weil das lohnt sich auf jeden Fall Titelbild ist sehr schön und ich meine hier wäre auch ein schönes Lied müsste gleich kommen genau das coole Lied so dann gehen wir mal hier auf Play so ja das wäre jetzt nix hier halt mal hier so ein grünes Wesen ich weiß gar nicht was die so alles kann irgendwie kann die wohl nix ah die kann springen mit dem Feuerknopf oh ups ja ok wenn ich jetzt wüsste wo ich hin müsste kann ich vielleicht hier an dieser festhalten dann muss ich auf die andere Seite ok man muss jetzt weiterlaufen kann die so weit springen? ach die kann so weit springen ja mal hin ich denke mal dieser Geist hier ist auch böse das spiel ich glaube ich doch gar nicht mal so schlecht ne ne also drauf springen kann man auch nicht gut das spiel sieht interessant aus ich mach mir nochmal schlau wie es funktioniert was man da jetzt machen muss es wäre jetzt schade wenn man einfach nur nach rechts oder nach links laufen kann weil das Spiel zu Ende das kann es mir sicherlich nicht sein aber zum ersten Test sah das Spiel auf jeden Fall schon mal sehr sehr interessant aus dann schaue ich nochmal ganz kurz ob ich noch irgendwie ein anderes Spiel hier finde was vielleicht auch noch ganz interessant ist Action haben wir gesagt so die Nixi haben wir Ranger Rambo da haben wir richtig Action komm zum grünen Abschluss noch einmal Rambo spielen hier das könnten wir eigentlich mal machen so komm auf geht's Run so unendlich viel Leben nix da wollen wir einfach nur zocken so schauen wir uns mal das Titelbild an sieht das schon mal nice aus das geht jetzt schon lange so weit aber wenn man keinen Knopf drückt oh ja cooler Effekt Proto Vision creating the future creating the future auf dem Commodore 64 kann man machen oder auch nicht da wäre das Bild schon da ja das habe ich jetzt Rambo genannt glaube ich das heißt gar nicht Rambo ist halt Outrage am Spiel besser zuordnen kann habe ich es einfach mal Rambo genannt und warum das werde ich jetzt gleich sehen ich erinnere mich ich habe das einmal so für ein paar Sekunden angezockt und dachte mir so jo das muss er haben na ist aber die Ähnlichkeit mit Rambo ist so gegeben kann mir ja sagen was er will Outrage äh Rage Outrage Outrage auch wieder schön auch wieder schön ähm dass die Grafikstreifen über den Bildschirmrand hinausgehen ne so Outrage Outrage was müssen wir machen von 2020 coole Mucke wäre ne und wir laden wieder so das ist Rambo ohja das ist Action pur da ist schon ja viel zu viel Action für mich ey da habe ich eigentlich unendlich viel Schuss oah wurde getroffen wo muss ich hin wer bin ich oah kommt der Feuer raus uuuuuh der war nicht gut ah jetzt springt er den Joyce muss man auch schon verdammt feste drücken dann springt er auch äh Hilfe haha haha okay ich merke schon das Spiel ist nichts für mich obwohl ich objektiv betrachtet ist es doch sehr interessant ah ich bin drüben und jetzt was soll das auch sein wie eine Art Totenköpfe oh ja mit der Münze ist eigentlich ganz witzig ah wieso ist er denn drunter gefallen Kollege da war doch nix also man kann hier wohl scheinbar irgendwie runterfallen wo nix ist hä ach so da ist ein kleines Loch drin ja okay okay da haben wir das kleine Löschchen übersehen so noch einmal Rambausstuhl hier komm du Wurm ah üh das war natürlich jetzt sehr schlau keine Frage hier okay kann man hier irgendwie da unten Ah, schieß doch Oh, Wurm, wo kommst du her? Hä? Hä? Was ist los? Was ist das denn jetzt? Ein Shop? Wie viel haben wir denn? Was kriegen wir für 185 Geld? Eine Bombe, komm, wir nehmen mal eine Bombe. Komm, wir nehmen zwei. Ach, komm, wir nehmen nur eine. Mehr geht nicht. Gut, wir kommen jetzt hier wieder raus. Exit. Nein, Exit. Und wie wärmt die Bombe? Ich bin mit Space. Oh. Was ein echter Rambo ist, ne? Eine tolle Bombe. Zack. Jetzt habe ich schon keine mehr, ne? Ups, ja, schon wieder drauf eingefallen. Schon wieder drauf eingefallen. So schlecht ist das nicht. Das war jetzt nicht so zwingend so mein Genres spiel, aber so ab und zu mal. Warum nicht? Oh, boah, Hilfe. Hä, wieso fällst du da runter? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Nein! Ja, das Lach ist, glaube ich, doch ein wenig am Joystick. Ups. Wir reden auch überhaupt noch. Können wir es ja nicht sein. Boah. Boah, Hilfe. Boah. Ach du, ach du. Was ist denn hier los? Wo kommen die ganzen Dinger her? Das ist ein bisschen too much für mich. Okay. Das Spiel ist doch recht spaßig, keine Frage. Also so hin und wieder mal, werde ich da auch einfach hineinschauen und dann werde ich bestimmt auch irgendwann mal so ein, zwei, drei Level weiterkommen. Das ist zumindest jetzt mein neuer Plan. Gut, das soll es auch an der Stelle gewesen sein. Ich denke mal, ich verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!